Moin Moin da draußen, Frank Fischer für Fotoschule. Ihr wisst es, Samstag, 14.30 Uhr, Bildbesprechungsvideo hier auf dem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch selber Fotos schicken würdet. Und zwar an bildbesprechung.ff-fotoschule.de Ihr seid ja damit einverstanden, dass die Bilder hier im Video gezeigt werden. Und ihr habt am besten alle Rechte an den Fotos, denn andere können wir nicht annehmen. Insofern gerne einsenden, wenn ihr auch eure Bilder besprochen haben wollt. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Los geht's mit Bild Nummer 1. Bild Nummer 1 ist mal wieder von Daniel Holländer. Ich weiß gar nicht, Daniel, warum deine Bilder immer diejenigen sind, die als erstes hier in den Folgen vorkommen. Doch, ich weiß es. Ich öffne sie Bilder aus einem Ordner auf dem Mac. Und dort steht das Ganze auf alphabetischer Sortierung. Und beim Öffnen in der Vorschauanzeige sind deine Bilder aufgrund des Vornamens, Daniel, halt oft sehr weit vorne. Was wir sehen, ist ganz offensichtlich das Porträt eines Weißkopfseeadlers. Ja, im Prinzip schöne Tiere, majestätische Tiere. Wer die schon von Nahen gesehen hat und wir sind ja hier auf diesem Foto auch sehr nah dran, der weiß das auch. Also wirklich schön. Dein Porträt ist auch ganz okay. Es hat eine sehr schöne Freistellung, das muss man ganz klar sagen. Es ist auch gut belichtet. Es ist nicht ganz so trivial, diesen Vogel zu belichten, weil der Dynamikumfang der Kameras leicht an seine Grenzen stoßen kann. Weil das Weiß des Kopfes mit der feinen Struktur der Federn und das dunkle Federkleid unterhalb des Kopfes und auch der Hintergrund die Kamera schon vor Probleme stellen. Das ist immer einfacher, wenn das im Schatten ist, so wie es hier der Fall ist, als wenn das in der Sonne aufgenommen wurde. Der Nachteil von Schatten ist, also wenn der Himmel bewölkt ist oder eben der Adler im Schatten sitzt, dass das Bild auch nicht ganz so brillant wirkt. Das sieht man hier auch. Es fehlen die typischen Spitzlichter in den Augen des Adlers. Also so ein Lichtreflex im Auge sorgt einfach dafür, dass der Adler weniger ausgestopft und lebendiger aussieht. Dann ist es so, dass es mir so vorkommt, als würde der Fokus ein bisschen weit vorne liegen. Also die schärfste Stelle ist eine Ecke vor dem Auge, also so zwischen, ich sag mal, Nasenloch. Haben Vögel überhaupt Nasen? Naja, jedenfalls da, wo diese kleine Öffnung am Schnabelansatz ist. Und dem Auge. Und hinter dem Auge fällt die Schärfe dann schon sehr deutlich ab. Also es ist ein bisschen zu weit vorne fokussiert. Das ist ein bisschen schade, weil wenn ein Auge im Bild ist, dann ist es schön, wenn man das Auge sehr scharf sehen kann. Und darauf scharf gestellt war. Ansonsten hat es eine schöne Schärfe insgesamt. Und wie gesagt, auch eine gute Durchzeichnung des gesamten Federkleides. Ich finde es auch für so ein Porträt ganz gut geschnitten. Ich finde, der Adler guckt nicht in die allerglücklichste Richtung. Bei so einem Kopfporträt von dem Adler würde ich es fast schöner finden. Er würde frontal in die Kamera gucken. Oder wir würden zumindest von dem linken Auge, was jetzt nur so über dem Schnabel ganz leicht hervorlunzt, noch ein kleines bisschen mehr sehen. Oben der Abstand ist meiner Meinung nach optimal. Unten, dass dieser Flügelansatz dort noch zu sehen ist, wo dein Wasserzeichen ist, finde ich auch ganz gut. Insgesamt ein sehr gepflegter Vogel auch. Was mich dann so ein bisschen selber stört, ist dieser dunkle Streifen an dem Hals im Prinzip im weißen Federkleid. Also entweder können wir da hinter die Federn so ein bisschen gucken. Denn die weißen Federn sind ja nur die Deckfedern. Oder aber da ist einfach so eine braune Strähne, so eine, wie heißt das bei Federn, keine Ahnung, drin. Man sieht es ja auch weiter unter noch an den Federn, dass der Federschaft, genau so heißt es glaube ich, dort dunkel ist. Und das könnte es auch sein, kann ich hier in der Auflösung nicht hundertprozentig erkennen. Insgesamt ein ganz gutes Adlerporträt, aber eben bei nicht so ganz optimalem Licht fotografiert und auch nicht der allerbeste Schnitt. Das nächste Bild ist von Gerd Dalecki. Gerd, auch dir, vielen Dank, dass ein weiteres Foto eingereicht wurde von dir. Wir sehen einen Holzsteg, der über einen Strand führt. Und ganz am Ende des Holzstegs gibt es offenbar noch irgendwas, eine Plattform, Häuschen, Stein oder weiß der Gerd. Das kann ich nicht ganz genau erkennen. Und dahinter sieht es so aus, als wäre noch, als hier noch Berge zu sehen. Also irgendwas am Horizont, zumindest sehe ich da so einen dunklen, ganz leicht dunklen Saum. Also ich kann nicht ganz genau zuordnen, wo und wie und was das wirklich ist, aber spielt für das Bild im Zweifel auch keine wirkliche Geige. So, was fällt mir auf? Es fällt mir auf, dass es eine gute Schärfe ist, weil der Hauptschärfepunkt liegt hier im vorderen Bereich, also im linken Bildteil. Das finde ich sehr gut, weil von da kommen wir ins Bild rein. Und nach hinten wird das ganze E-Diffuser durch die, ja, durch die leicht diesige Luft. Wie gesagt, höchst du schon ja mehr und damit ist es da immer ein bisschen diesig. Vielleicht könnte es im Hintergrund Dünen sein, wenn ich mir das so angucke. Naja, egal, vielleicht kannst du es aufklären. Aber das finde ich soweit ganz schön. Und ich finde den Bildschnitt auch sehr schön. Also es läuft sehr schön, der Steg in der klassischen Bildgestaltung aus den Ecken ins Bild rein, läuft an eine gute Stelle nach rechts rüber ins Bild. Das ist alles soweit ganz gut gemacht. Der Anschnitt mit dem hier reinragenden, mit dieser hier reinragenden Stütze, die eigentlich nur das Geländer von außen in dieser Dreieckskonstruktion abstützt, ist für mich gerade noch so okay. Ich könnte mir vorstellen, könnte man vielleicht sogar noch einen Tacken mehr von aufnehmen, dass es noch ein bisschen deutlicher wird, was es wirklich ist. Aber das ist für mich noch okay. Was mir auffällt, sind Farbsäume. Also das ist ja irgendwie mit, ja, sagen wir mal, so ein bisschen Weitwinkel aufgenommen. Ich habe hier gerade nochmal in die Exit-Parallel reingeguckt. Das ist eine Canon-Kamera mit einem APS-C-Sensor und da dran hing ein 18-35mm Objektiv und bei 24mm fotografiert. Und hier sind doch, meine ich, recht starke Farbsäume zu erkennen. Das ist im Gegend nicht ganz normal und an Kanten, wo der Helligkeitsunterschied groß ist, ist einfach ein optischer Bildfehler, dass man diese sogenannten chromatischen Aberrationen bekommt, CA's, also diese Farbsäume, kann immer mal passieren. Ist nicht unbedingt ein Gütezeichen für ein Objektiv und hier finde ich es auch ein bisschen störend, weil es sonst gar keine Farbe im Bild gibt. Ich würde mir eh wünschen, es wäre eher noch trister und noch farbloser, also vielleicht sogar schwarz-weiß oder zumindest noch stärker entsättigt. Der Farbsäume gehört in jedem Fall weggemacht. Zur Not gibt es eine ganz einfache Funktion in Lightroom. Einfach einmal auf Objektivkorrekturen gehen, chromatische Aberrationen, einen Haken setzen und dann werden die automatisch entfernt. Das würde ich dir raten. Ansonsten gute Bildgestaltung, schöne Tiefe im Bild, auch gut geeignetes Motiv zum Üben für gestalterisch gute Bilder. Ja, wer sowas irgendwie für der Haustür hat oder sieht, diese Verläufe im Bild, die sind immer schön und gut zu machen. Der nächste ist der Helmut Minden. Ja Helmut, wir kennen uns ja wirklich gut. Vielen Dank fürs Einreichen, auch vielen Dank für den Mut, wieder ein People-Foto einzureichen. Wir beide wissen ja, dass die andere Genres der Fotografie noch viel mehr liegen als die People-Fotografie. Nichtsdestotrotz ist das hier von der Idee her gar nicht schlecht gemacht. Ich habe mal in einer Folge, ist jetzt, ja, bestimmt 10, 15 Folgen her, ein Bild von Kalypso-Fotografie kritisiert zum Thema Park-Cross-Fotografie und dass man nicht alles machen muss, was gerade irgendwie hip ist. Hier finde ich es gar nicht mal so schlecht. Ich finde auch den Blitzlichteinsatz gelungen, also dass das Licht so seitlich kommt, finde ich ganz gut. Das hilft hier einfach, diese leicht düstere und lichtgerichtete Stimmung zu unterstützen. Dazu passend tut die eingefügte Vignette nicht so richtig gut. Gut, die würde ich entweder ein bisschen dezentraler setzen oder vielleicht sogar noch mehr abmildern. Die ist nämlich ganz schön stark. Ich weiß, was der Sinn sein soll. Der Sinn von so einer Vignette ist ja immer, dass der Blick mir aufs Motiv gerichtet wird. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, das Motiv sitzt hier eh komplett in der Mitte und alleine schon der gelbe Streifen von der Parkplatzmarkierung zeigt auf das Motiv. Der horizontal durchlaufende Streifen aus hell und dunkel zeigt auf das Motiv. Und das Model guckt Richtung Kamera, also mehr sozusagen Konzentration aufs Motiv gibt es kaum. Das ist unnötig, das mit einer Vignette noch zu verstärken, meiner Meinung nach. Und dann gibt es aus meiner Sicht ein wirklich großes Problem bei dem Foto. Das Problem besteht darin, dass durch dieses gerichtete Licht und auch das wenige vorhandene Licht zum einen die Hauttöne sehr gelitten haben. Also insgesamt hat das gesamte Bild einen relativ starken Grünstich. Und darunter leidet auch sehr stark der Hautton. Das mag hier als Bildlook eingesetzt sein und gewollt sein. Ist aber wirklich nicht meine Farbe. Aber was viel schlimmer ist, durch das Blitzlicht ist halt sehr wenig Licht auf die dunkle Jeans und das schwarze Oberteil in der Bauchregion gefallen. Und nun fällt der Schatten des Blitzlichtes auch noch nach rechts von uns aus gesehen, also von hier aus gesehen nach links. Und verbreitert quasi das Ganze auch noch. Und optisch sieht es durch diese leicht geöffnete Beinhaltung und die bereit ausgestellten Ellbogen und den Armen insgesamt sehr unvorteilhaft aus für das Modell, finde ich. Durch diesen Lichteinfall von der Seite ist ja auch zum Beispiel zwischen dem Ellbogen und dem Oberkörper der Hintergrund auf der, von uns aus gesehen, rechten Seite nicht zu erkennen. Also viel unschöner als auf der linken Seite, wo es eine eindeutige Öffnung gibt. Aber insgesamt wirkt, ich sag's jetzt mal hier so ganz platt, der Hintern unglaublich breit. Und das hängt damit zusammen, dass es da so wahnsinnig dunkel ist, gar kein Licht hingekommen ist und dass der Schattenwurf auch noch dafür sorgt, dass es optisch breiter gezogen wird. Das wird jetzt wahrscheinlich der Dame nicht gerecht und sollte bestimmt auch nicht so sein. Aber das ist das, was mir hier an dem Foto sehr stark auffällt. Ob sie direkt auf dem gelben Streifen sitzen muss und das auch noch so ein bisschen asymmetrisch da drauf, bin ich auch ein kleines bisschen unsicher. Gleichzeitig ist das von der grafischen Wirkung ganz schön, weil es das Bild vertikal teilt, während der Streifen und der Wand es horizontal teilt. Aber dann würde ich mir wünschen, sie würde wirklich direkt da drauf sitzen und der Streifen würde auch wirklich richtig gerade ins Bild reinführen. Insgesamt eine ganz gute Location, um an dem Thema weiter zu üben und vielleicht das Licht einfach etwas über zwei Blitze zu steuern. Wenn das überhaupt Blitzlicht ist, Helmut, wenn ich die total unrecht tue und das ist eine natürliche Lichtquelle, gilt aber dasselbe, dann das Licht eben einfach anders zu richten. Aber nicht schattenfrei auszuleuchten. Also ich meine nicht ein 45 Grad Zangenlicht, um das Ganze schattenfrei zu machen. Das wäre fatal für die Location, aber von der anderen Seite, also von uns zu sehen rechts, ein bisschen auffällig reinzubringen, hätte bestimmt dem Bild gut getan. Und würde dafür sorgen, dass das Ganze einfach nicht ganz so für das Model einfach unvorteilhaft wirkt. Dann haben wir den Martin Kudlik. Ich kann mir manche Namen wirklich mittlerweile bei der Menge der Bilder, die ich hier angucke, nicht mehr hundertprozentig merken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir schon Bilder von dir gesehen haben. Ist aber auch egal. Spielt eigentlich gar keine Geige. Schönes Foto. Man sieht auf dem Foto gut, dass es eben nicht so ist, dass man nur bei schönen Wetter Fotos machen kann, sondern ganz im Gegenteil. Manchmal solltet ihr das schlechte Wetter nutzen, um gute Fotos zu machen. Darüber hinaus glaube ich, Venedig erkennen zu können. Auch das nagelt mir nicht fest. Ich mache es nur an der Gondel hier auf der linken Seite fest. Ansonsten könnte es auch eine vollgelaufene Straße sein. Jetzt kommen sie gleich wieder alle aus dem Busch und steinigen den Fischer hier, weil er es nicht erkannt hat. Aber in Venedig kenne ich mich wirklich nicht besonders gut aus. Wir werden im kommenden Jahr nach Venedig fahren, auf Fotoreise, aber aus gutem Grund nicht mit mir. Bei mir ist es über, ich glaube, 25 Jahre her, dass ich da war. Also, ja genau, sogar fast 30. Insofern, meine Erinnerung an Venedig ist nicht besonders frisch, aber ich nehme an, es ist Venedig. Ich finde die Idee, hier vorne die Wand auf der rechten Seite ins Bild zu nehmen und das Fallrohr ganz gelungen. Das sorgt für eine gute Abgrenzung und auch eine gute Tiefe. Ich persönlich hätte das Fallrohr an den Bildrand gesetzt und hätte auf den Bereich der Steinmauer rechts von dem Fallrohr verzichtet. Einfach, um das Bild noch besser zu begrenzen. Und es hätte ein kleines bisschen mehr Weitwinkel sein können, sodass oben die Dächer nicht so angeschnitten sind oder du könntest noch ein bisschen reinschneiden. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte das Fallrohr an den rechten Rand setzen und gleichzeitig im Format bleiben, dann schneidest du halt oben noch ein bisschen ab. Oben ist es eh unglücklich angeschnitten und dann wird da noch ein bisschen mehr weggeschnitten. Ist ja auch nicht weiter schlimm, dann ist da halt noch ein bisschen mehr von den Dächern weg. Denn was ist oben passiert? Neben der Tatsache, dass von dem Roten Haus das Dach angeschnitten ist, ist auch noch so eine helle Lücke entstanden. Dort, wo das Dach nämlich von dem Gebäude, was vor dem Roten Haus steht, niedriger ist, wo wir nochmal auf den Himmel gucken können. Das macht für mich keinen Sinn. Und das beige Gebäude, was dann oben in der Ecke noch rausguckt, brauchen wir sowieso nicht. Also insofern würde es nachträglich noch einen Ticken enger schneiden. Ich finde die Belichtungszeit gut, dass wir den Regen wirklich sehen und dass wir die Regentropfen auch nicht scharf sehen, sondern dass wir sie streifenförmig sehen. Das ist vielleicht aus dem Zufall entstanden, aber ist egal, wie es entstanden ist, es wirkt auf den Bild gut. Und diese spiegelnde Oberfläche von dem vorderen Bereich, wo du stehst, wo es sozusagen gerade überläuft oder der Regen gerade reinläuft in den Kanal, wie auch immer, wie rum, gefällt mir auch. Das ist gut gemacht. Und die Farben, finde ich, sind sehr harmonisch. Das sind Farben, die gut zusammenpassen. Es wirkt sehr trist und menschenleer. Also die Stimmung des Regens wird auch noch dadurch gestützt, dass eben keine Menschen zu sehen sind. Und ja, ganz gutes Foto, abgesehen vom Schnitt. Das hätte entweder viel weitwinkliger sein können oder noch enger geschnitten. Aber die Idee des Bildaubbaus gut zu erkennen, mit einer guten Flucht nach hinten in den Kanal rein, das ist soweit ganz anständig gemacht. Das letzte Foto für heute ist von dem Michael Pollmüller. Michael, vielen Dank fürs Einsenden. Was wir sehen, ist eine Landschaft. Ich kann nicht genau sagen, wo das ist. Bestimmt weiß es jemand von euch. Ich weiß es nicht. Ich sehe, dass die Strände dunkel sind. Vermute also, dass es irgendetwas Vulkanisches ist. Vielleicht irgendwo auf den Kanaren. Wobei, das, was ich von den Kanaren kenne, ist voller Bebaute. Es sind wenige Stellen, wo so wenig Häuser zu sehen oder zumindest Straßen zu sehen sind. Aber ist auch egal, wo es ist. Wir sehen eine Landschaftsaufnahme. Wir sehen einen sehr dramatischen Himmel. Der Himmel ist wirklich Bomben. Es ist ein Top-Wetter zum Fotografieren, weil es eine gute Wolkenbildung hat. Die Wolken sehen auf deinem Fotos leider sehr unnatürlich aus. Aber es ist bestimmt ein gutes Wetter dafür gewesen. Diese Wolken sorgen dafür, dass wir auch hell und dunkel Tupfen auf der Landschaft haben, also auf dem Land. Die kann man auch noch ein bisschen besser herausarbeiten, meiner Meinung nach. Da würde ich ein bisschen an den Leitraumreglern drehen und partiell über Masken oder Radialfilter die eine oder andere Stelle ein bisschen aufhellen, ein bisschen wärmer machen in der Farbtemperatur, andere ein bisschen abdunkeln. Dann wird der Effekt noch deutlich besser. Ich verlinke euch mal hier unter dem Video noch ein Video, wo ich das mal gezeigt habe, wie das mit ganz einfachen Mitteln geht. Das ist eine gute Schärfe von vorne bis hinten. Das ist gut gemacht. Das ist für eine Landschaftsaufnahme, wie ihr wisst, meiner persönlichen Meinung nach relativ wichtig. Ich habe es eben schon gesagt, Wolken sehen ein bisschen unnatürlich aus. Hängt vielleicht damit zusammen, dass sie so ein bisschen ausbrennen an manchen Stellen. Den Himmel hätte ich hier separat über einen Verlaufsfilter bearbeitet, entweder vor Ort mit einem Grauverlaufsfilter oder aber nachträglich in der Bildbearbeitung, also im Rohrkonverter mit einem Verlaufsfilter einfach die Wolken nochmal mehr herausgearbeitet und vor allem plastischer gemacht. Sie wirken so ein bisschen, nicht unstrukturiert, aber so ein bisschen flach. Was man gut an diesem Foto sieht, was nie eine gute Idee ist oder in 90% der Fälle nicht, ist, es macht ganz wenig Sinn, die Kamera dahin zu halten, wo das Auge gerade ist und dann ein bisschen nach unten zu schwenken. Wenn ihr Vordergrund ins Bild einbeziehen wollt, dann geht doch mit selber runter. Also versucht nicht so sehr mit dem Kameraschwenk zu arbeiten, sondern verlagert euren Kamerastandpunkt, indem ihr in die Hocke geht oder euch hinsetzt oder noch besser euch hinlegt. Das sieht man in einem klassischen Augenhöhebild aus und dann einfach nach unten geschwenkt. Das hat viele Nachteile in diesem Fall. Das hat den Nachteil, dass Teile des Vordergrundes sehr dominant im Wasser stehen, aber da eher störende Flecken sind als Vordergrund. Das hat den Nachteil, dass wir vorne so Buschzeug und sowas im Bild haben, wo wir sehr steil drauf gucken, was auch nicht so richtig gut ist. Und wir sehen eine Ebene noch dahinter, also Richtung Meer. Also die Büsche und den Fels, der da Richtung Wasser am Hang wachsen. Wenn ihr weiter runter geht, dann schafft ihr eine größere Distanz zwischen dem Vordergrund und dem Mittelgrund. Und das sorgt für mehr Tiefenwirkung im Bild. Ich bin ja ein großer Freund von Dingen, die ins Bild reinführen und verlaufen, aber hier ist es einfach nicht so richtig schön. Der Vordergrund ist auch sehr unaufgeräumt. Also die trockenen Stöcker links, wenn du da rangekommen wärst, in jedem Fall wegmachen. Die haben da nichts zu suchen. Wenn du da nicht rankommst, die jetzt nachträglich wegmachen. Und wenn du jetzt weiter runter gegangen wärst, würden diese Schilfpuschel, die hier rechts im Bild zu sehen sind, im Zweifel vielleicht sogar vor dem Himmel stehen. Dann wären sie jetzt an einer Scheißstelle angeordnet, weil sie diese kleine Halbinsel hier vorne verdecken würden. Dann gehst du mit der Kamera noch ein kleines bisschen nach rechts oder nach links, sodass sie an einer guten Stelle im Bild stehen. Aber in jedem Fall, geh tief runter. Diese Vordergrundsachen sind Bombe. Sie müssen nur an guten Stellen im Bild zu sehen sein. Und das ist hier leider nicht der Fall, weil sie sind helle Flecken und die sind direkt auf dem Wasser. Und das ist eine Stelle, wo man eigentlich nicht hinguckt, weil man sich mit der Landschaft beschäftigen soll. Also wenn die hochstehen würden Richtung Himmel und da einen guten Abschluss auf der rechten Seite im Bild bilden würden, das würde höchstwahrscheinlich helfen. Ansonsten, ihr wisst es ja, Vordergrund macht Bild gesund. Ich habe hier ein Foto von euch, für euch, was wir gerade auf Mallorca bei einem Workshop, wo wir genau über dieses Thema gesprochen haben, aufgenommen haben. Damit ihr nochmal seht, was ich eigentlich meine, wie die Kameraposition hätte verändert werden können. Ich hoffe, alle konnten von dem Video was lernen und von den Tipps und Hinweisen, die ich gegeben habe. Den fünf, die ihre Fotos eingereicht haben, nochmal vielen Dank, dass ihr es überhaupt getan habt. Und wie wir auf Mallorca sagen, immer schön dran denken, selbst wenn die Kritik ein bisschen hart war, das Schlimmste ist, wenn das wir alle ist. In diesem Sinne, Frohe Pfingsten, macht es gut. Wenn das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert den Kanal und ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ciao.